weiter mit dem video von der farmcon ich war jetzt gerade ein bisschen draußen und habe mal mich umgeschaut weil das gelände ist wirklich riesig und hier steht viel was auch zu entdecken ist aber mir ist gerade was sehr geheimnisvolles aufgefallen ich habe nämlich den geheimen fuhrpark entdeckt und da ist mir eine maschine aufgefallen die gar nicht im landwirtschaftssimulator ist weil hier stehen verschiedene traktoren aber eine gehört da nicht rein oder vielleicht doch was ist denn das was haben wir da entdeckt ist ein klasse und 5000 ist vielleicht klas doch im farming simulator diskutiert das mal unten in den kommentaren ob ihr denkt dass klas im farming simulator ist und natürlich schaut hinterher noch im video vorbei weil heute kommt noch was richtig cool ist was richtig geheimnisvolles wird für euch auf meinem kanal veröffentlicht deswegen dranbleiben und teilt mit euren freunden das ist nämlich nur für die ls community von daher ich muss jetzt weiter ich entdecke noch weiter was tschüss